Monika möchte nach längerer Zeit als Hausfrau und Mutter wieder beruflich durchstarten. Das wird ihren Alltag und natürlich das Einkommen stark beeinflussen. Monika nutzt dafür die Plattform Familie und Beruf.online, um sich alle wichtigen Informationen schnell und komfortabel zu beschaffen. So erfährt sie alles über Arbeitssuche und Bewerbungsverfahren und auch den ersten Arbeitstag und Arbeitsalltag. Auf dem Weg kann sie sich dank der App für das Bewerbungsgespräch noch letzte Tipps und Hinweise ansehen. Selbst zu Themen wie Krankheitsausfall oder Kündigung einer Arbeitsstelle findet sie hier viele hilfreiche Informationen und direkte Ansprechpartner. So gelingt Monika der erfolgreiche Wiedereinstieg ins Berufsleben und sie fühlt sich jetzt auch bereit für ihre weitere Karriere. Outro Outro Vielen Dank.